Was der f**k ist Kilometer? Ja, wann wir dieser crazy Person wieder handeln sich, kommt es zu einer neuen Folge? Es ist einfach ein Fiebertraum, oh mein Gott, Alter. Es ist wirklich ein Fiebertraum. Ja, vielen Dank, dass ihr da wieder da seid. Wir machen noch eine dritte und ich denke auch letzte Runde mit den Leuten. Ja. Ja, irgendwann ist es auch gut wieder zurück. Ja, ja. Ja, ja. Welches Level ist es, dein Clan? Chop. Ich denke 5. Das ist unser Clan Level. Ja, 5. Ja, 5. Ja, 5. Ich verstehe sie gerade nicht. Ich hoffe es dein Clan ist. Ja, es ist mein. Wow. Wow. Wie viele Mitglieder hast du? 20. 20? Ja, ich habe es gesehen. Cool. Cool, 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 cool. Und dein Clan, wie viele Mitglieder hast du? Ich weiß nicht. Ich dachte nicht. Wie wirst du das tun? Ich habe es manchmal geschaut. Er ist ihr Stalker. Insgeheim ist das hier so eine komische Situation. Surprise, motherfucker. Das ist die Streamerin und der weirte fanboy. Der Sugar. Der Sugarboy. Are you her Sugarboy? Oh Gott, nein, bring das doch nicht, Alter. Oh Gott. Oh Gott, he's a good boy. Are you a good boy? Sure. Yeah, nice. Ach man. Sweet like Sugar. Gut, dass sie's nicht verstanden hat. Ja, okay. Ich hoffe auch nicht, dass sie... Ja, ich denke, ich habe Diabetes. Sweet boy. Diabetes. Ja. Hast du irgendwelche Lila, ne? Äh, ja. Oh, du? Oh, ich hoffe, du hast die... ...Sword. Ja. Wait. Take, take. Hier kriegt man mehr Feuerwandszauber, dann kriegt man... Ah, den Meteor-Schauer krieg ich beim anderen. Oh. Dankeschön, bitteschön. Schmeterlin. 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 That's Papillon, no? No, it's just a strange way to say onion. 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 Slice. Slice the onion. You can say annyeong. It means hi in Korea. Onion. Well, if you want to say hi to an onion... ...what bad. Yeah. Onion. Onion, look at me! Das Auto ist so fucking slow like a Schnecke. Schnecke. Yeah. Yeah. Ah, hier ist auch ein weißer Potion. Die weißen Potion brauchst du ganz am Ende für das finale Upgrade von den Sachen. Dann brauchst du immer noch einen weißen. Die sind ein bisschen seltener. Okay, einen weißen. Und wir haben keinen Cleric, also keine grünen, sondern wir haben jetzt ein paar Strecker. Also Hoppe hat ein paar Strecker mitgenommen. Okay. Kannst du mir die Blumen geben? Ja, danke. Ja, ihr ist blue. Ich habe das Gefühl, ihr ist blue, nicht green. Ich bin blue. So, ich habe viele Blumen. Ich habe viele Blumen. Sorry. Wow. LSD jetzt weiß ich. Was? LSD? Okay. At least. Ah. Ah, LSD. Stop drugs. Don't do drugs, kids. Don't do drugs, okay? Okay. Okay. Da sind wir grün. Das heißt, ich krieg so wenig Purimane irgendwie. Gar nix. Wait, what? Then we don't have healer? Okay. Okay. No. What the fuck? I have two Pyros. Hazel Kalame, du. So. Aber gelb haben wir, genau. Gelb hast du, Stefan. Ja, ja, richtig. Ja. But we have bandages. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal wieder mitnehmen jetzt. Das ist eine gute Idee. Maximum attack drive. So, hope you are gonna get maximum attention and then know for you will hide like a ninja. And attack. And I just. Oh, god. Attacke. I don't find any purple potions. Only other. Hey, I dropped potion here. Blue. We have the same class. And yellow. I don't really also. Wow. I need yellow. I need yellow. Yeah, yellow here. I need the blue. And I have. Hey, don't jump off. Hey, don't jump off. Ah, okay. Hope is the wrong one. But I have one purple if you need. Let's drive too long. Yeah. I'm yellow. I'm yellow. Okay. Yellow I have. One, two. Okay. Okay. I only. How about. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Lecker 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 We had the green here in the kingdom there, so Ja, well, wanna drive? Hope, drive We need hope to drive Where do we go? The next buildings Here I only got the first upgrade, so I really need purple Alles aussteigen? Vielleicht nicht unbedingt hier angehalten, aber gut Einfach drei Deutsche und eine Koreanerin Ja, mein Gott Drei Deutsche und eine Koreanerin Gehen drei Deutsche und eine Koreanerin in ein PUBG-Bin-Lobby Sterben alle Keiner nimmt Cleric Auch schön, dass man zu zweit in das fucking Haus reingeht, um das nochmal durchzudut Falls der andere vielleicht irgendwas Can we drive? Ja, that was awkward Dieses Auto hört sich hoch einfach nur unangenehm an Oh, this house I got on the other side Okay, dann krieg ich alle Purple, die auf dieser Seite sind, ja Okay Hier sind sehr viele Purple Ja, alle mitgeben, danke für mich Boah, hier sind sehr viele Purple Ui Memo Oh, kann ich holen Oh, ein Flugzeug über uns Flugzeug, Flugzeug Was brauchen wir jetzt? Hättest du irgendwo dropped? Das Schiff? Ah, zu weit weg North East So, Purple ist hier auf dem Boden Wir haben Purple, Andy Purple Hier ist auf dem Boden Muss einsammeln Keine Kraft Potions? Hä? Nur Verteidigung? So, Weidläufer, Weidläufer Danke, 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 jetzt kann ich upgrade Welches Level hast du schon? Äh, vier Sehr geil, ich hab zwei in meiner Waffe Und in den ersten defensiven drei Ich hab aber nix Ich hab nur den Level 2 Fireball Ich hab keine Potionen Wtf Wtf Kat, wo bist du? Welches Level? Ich hab dir gesagt Ich hab dir gesagt, dass ich den nächsten, äh, anderen Seite No, no, no No, no, no Your Level and the Fireball In the skill Ah Is there a drop? Level 3 Alright Seems like When you can mark it Yeah, it contains lots of Potions Yes Let's drive there I load Everything on these halls Uh, I have some Potions to keep here Yeah, let's go But later, but later Later, later Later, okay When we need Potions, we just kill another team and loot theirs Simple As simple as that Alter, dieses Auto, Digga Oh, there's purple Potions Schön, dass es sich auchhörnig aufregt Joke, das regt mich krass auf Alle Leute stehen immer genau vor dem Auto Können wir marken? Hehehe Well There's also markierungen überall Uh, orange mark from, from, yeah, orange I think I'd get out and push the car myself Yeah Strange box Yum, 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 yum Hit, hit Hit Attack Hit me hard Yum, yum, yum Oh, the Popo Oh, the Popo Let's get out of the here Let's get out The purple or the Popo My sword is on level 5 My sword is on level 5 Jaja Gegenstand herstellen Jetzt kann ich mit dem weißen Mit der weißen Potion I think the Door is open Door is open Ich könnte Ich könnte meine Death auch noch upgraden auf 5 We are faster with the car Haha But just a bit Yeah, I'm not really Just a bit more purple And I have level 5 I have blue and yellow I need blue Come to me Ah, ich habe ein bisschen purple hier Aber es ist so wenig Ja, hier ist auch schon looted Hier ist alles weg Komm, komm Look out for the drop Ja What would I Ähm North North, north east Vielleicht ein bisschen weit weg irgendwie Ah, where we came from 290 Let's go there Ah ja Ah, das ist aber auch ein bisschen weiter weg Ja, aber es ist zumindest da wo wir her kamen Und dann sollte es No more po Take take Thank you Bitte schön So, ich kann ordentlich upgraden Mit meinem Mit meiner Waffe auf level 5 und mit meinen beiden Sachen auf level 4 Die passiven Every 90 second I can Put Matteo The crew time is crazy But that shit is strong Es kommt mir so vor, dass in diesem Spielmodus die ganze Zeit Enemy, enemy Enemy, enemy Let's trade Let's trade Let's trade last time You want to fight? Yeah What the fuck? I'm so scared Ja Ah, we have to look to zone Go to zone Ja, go to zone Go to zone No more 3, where you go Go to zone It's opened but not looted I got all Okay, 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 okay Nice Nice, nice Let them fight And then they figure out it's empty I'm just going straight I will be so mad I will be so mad Yeah, I got 3 Whites Oh, good job I just arrived straight The Whites are for the last upgrade The Whites are for every class? Yes, but only for the last upgrade You need one Ah, okay Come inside, I drop everything Okay No more No more No more No more No more Ah yeah, I have one spare Ja. Also ein Loot ist ja echt so wenig. Maxed out, I don't need him anymore. Uh, someone needs the white one? Uh, yeah, for my weapon. Brauch nur noch drei mit Puppet-Verteidigung. You need blue, right? Yes. Hier, hier. Thanks. Okay, Wunder-Elex hier und da verbessert eine Waffe oder ein Zauber mit Hä, aber ich habe schon Level 5. Was? Ah, dann habe ich das schon benutzt, okay. Das lädt sich ja auch, wenn ich. Okay. Ich hatte schon eins in dem Inventar dafür, okay. Let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! Into the fight, let's go! Let's go other places. Let's start together, as a team. Yeah, but not here. When we are old, we kill all. Yeah. And then we die old. Yeah. Weißt du das auch? Ja, das ist das Schiff über uns. Achso, ich dachte gerade, das ist das Auto. Nee. I need two more whites. Oh, I can't give you one. Okay. Let's go. Oh, Schatz. Behind and... From two sides. Let's go. Go, 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 go. Get in the car. Halt! Halt! Oh, du bist zu schnell. We are sandwiched right here. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Right, 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 behind. Our fuel is low. Fuck you. I can shoot here. Oh, fuck. Die Pinner, alter. I stop here. Oh, that's a drop. Now they two are fighting. Car behind us. South-West. Let's heal. And then go to them. And pick up the rest. Das Auto's leer, also da können wir nur noch kurz hinreifen. We are loud and sound. Get in. Oder zu den Häusern da. Im roten. Car on the right. Stop, 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 stop. Is tot. Is tot. He dead, he dead, he dead. He dead. He's dead. He's dead. He's dead. Stop. ja das i'm from blue house also yellow direction inside are potions i only need one one white oh shit so viele hier sind so viele renn renn wir weg oh kacke ich hab mal meteor dahin platziert hoffentlich macht er die so many too many too bad naja schade naja naja ok aber hey so soll es am ende sein naja vielen dank fürs Zuschauen wieder lass ein like da lass ein like und ein abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wo wir wieder im normalen match sind naja spoiler schon mal vorab was denn jetzt hört auf jetzt hört auf tschüss so so